ja keine ahnung was er da macht aber auf jeden fall hallo und herzlich willkommen zurück zu letztlich vor allem und jetzt fressen ich habe Dinge gesehen so, äh, Bots von hinten viel Glück im nächsten Leben na gut, dann hol ich halt meinen Bär-Bot den Trotteln haben wir gezeigt das Schlüsselfragment sollte in dieser Sicherheitszelle sein pass auf meinen Arsch auf, während ich die Türsteuerung navigiere nein, geh noch nicht ach so, er findet das Schlüssel von Fragment nicht Frag- Fragment Hä? Wo ist denn jetzt der der Teddy? Yay, der Bär ist wieder da aber wo ist der Teddy? Äh also an sich müsste ich jetzt auf ihn draufstehen ah da ist er ja gut Was ist denn in letzter Zeit mit dem Spiel los? das hat voll viele Bugs das ist ja voll komisch in dem Fall fängt er wahrscheinlich gerade nicht äh an zu ach komm äh äh zu äh eine Sache machen weil er hier unten hinten rum buckt tja coole Sachen ah und jetzt Teddy mach mal Sachen wieso bist du jetzt plötzlich da unten? gehst da unten irgendwo rein? ne oder? ne schon wieder buck komm ich da irgendwie hoch? ja oder ich starte einfach neu weil hier ist ja Lade- Station Juuuun wusstest du dass die Jawa die eine eigentliche Strafung für die Erfahrung haben? die sind echt romantisch willst du was davon hören? es ist wirklich schön hä Huh Nächster Hahahaha 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 H tweeh ich bring ein paar Geschütze online Hhhhh Hr es sind so viele Hr Hahahaha was was machen weil ich habe gerade neu geladen und und genau bevor ich die Aufnahme klicken konnte ging hier schon die Schlacht ab weil er war ja schon da und sie hat irgendwas von ich hab keine Ahnung was sie genau gelabert hat jetzt reicht mir nicht die schreien wir ein Alter, Schnauze. Das war wirklich sehr unangenehm. Das war wirklich sehr unangenehm. Oh, Genevieve. Mein Körper. Mein schöner Körper. Oh, ich hasse dich. Ich brauche etwas Hilfe. Nicht auf den Schiff treten. Ich habe das Schlüsselfragment schon vor Jahren verlegt, ihr kleinen Bräuchchen. Wenn ihr es wirklich wollt, müsst ihr zur Ruhe kommen und mit mir kämpfen. Ah, Genevieve! Kammerjäger, es tut mir leid, dass du zu mir der Folge dieser gesaströsen Trennung wirst. Ich hatte wirklich geglaubt bei Lex und ich wäre voreinander geschaffen. Er hat mich an Orte geführt. Und ich habe... Es hätte niemals funktioniert, Genevieve. Wir sind von zwei verschiedenen Herstellern und außerdem hast du die Jacobs-Familie verraten, aber das ist sekundär. Okay... Okay... Okay, also ich habe eine Idee, wie wir Genevieve besiegen können. Sie hat sich in einem Maliwon-Mack installiert, aber es gibt noch einen im Shuttle-Hungar. Wenn ich den steuere, kann Genevieve uns nicht aufhalten. Los, ab durch den Maschinenraum. Du Niete! Ja, ja, ja. Gut, dann kämpfen wir gegen so einen fetten Mech. Alles klar. Alles klar. Ist ja Idee. Warte, ich verkaufe noch mal mein Zeug. Die behalte ich noch. Keine Fragen. Nope. 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 Schon bekannt. Du kommst wieder. Hehehehe. Ab wann wird denn das freigeschaltet? Keine Ahnung. Naja, egal. Wahrscheinlich ab 30. So, dann wollen wir mal schauen, wie die Tante aussieht. Also, was jetzt, Balix? Mechzeit, Baby. Wir müssen sie öffnen und mich in das Frachtstück da reinbringen. Obendrauf ist die manuelle Steuerung. Man muss nur drankommen. Das wird in deiner Arte vermerkt. Das wird in deiner Arte vermerkt. Respekt vor der Nebenfange. Officer, gefallt. Ein Typ. Abschaltung. Das ist ja wunderbar. 1000. Ich mag diese Fliegedinger nicht. Die sind echt kervig. Oh Gott, dann konzentriere dich doch auf den da oben. Oh. Sehr schön. Voll aufs Fressbrett. War das zu viel für dich? Ja, schon. Ich will solche Ausdrücke nicht hören. So. Erreichen sie den Container. Habe ich doch schon. Hier. Vielleicht muss ich draufhüpfen. Oh. Könnte sein. Vor allem wenn es hier so unauffällig gelb angestrichen ist. Navigiert, Baby. Bring mich in diesen Mag. Verdammt, ist das ein Riesenbiest. Du kommst wahrscheinlich nicht an den Kopf. Ähm, setz mich einfach irgendwo hin. Äh, okay. Ich bin drin. Wie sehe ich aus? Wie Iron Bear bei einem Lagerrave. Ja, ja, schon klar. Ich sehe ein bisschen seltsam aus. Aber sieh dir diese Waffensysteme an. Cool. Ein paar Rats. Endlich kann ich mich austoben. Ja, Mann. Ja, ähm, ich, ich lasse es mal dir. Ich will zuschauen. Mann, das war toll. Also, wie schalte ich diese Schwebedüsen ein? Okay, was ist... Was? Nein, 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 nein! Scheiße! Alles okay? Ja, wieso gehst du nicht? Ich bin nicht schon rüber zur Brücke. Die Tür müsste offen sein. Ich versuche derweil aufzuhören, mild durch die Luft zu wirbeln. Dann haben wir beide was zu tun. Teamwork! Ich werde jetzt fliegt immer wie wild und alles Neue. Aber beim kleinsten Problem bricht er zusammen. Mhm. So. Dann wollen wir mal... Uh. Verfluchtes Handbuch! Warum können die sowas nicht einfach kursiv drucken? Es ist barbarisch, was sie den Schriftarten heutzutage antun. Da werden Serifen abgeschnitten wie Köpfe von Verbrechern. Du scheinst Schwierigkeiten mit meiner Installation zu haben. Brauchst du Hilfe? Zum Teufel, was soll der Scheiß? Jetzt spricht sie auch noch? Es gibt genug kalte, lieblose Menschen in meinem Leben. Vielen Dank! Das lässt sich ändern. Ich verfüge über mehr als 200 verschiedene Persönlichkeitsprofile. Ist das besser, Schätzchen? Also ich... Aber ja... Das ist es. Ähm... Sag nur Maggie nichts davon, okay Schätzchen? Okay. Die hatte ihn schnell in der Tasche. Haha. So. Dann müssen wir mal jetzt das Schätzchen umbringen. Oder zur Stirn. Okay. Ah. Jetzt geht's zum Battle of the Year. Hi. Oh. Kammerjäger. Ich bin nicht überrascht, dass Balix nicht dabei ist. Komm rein. Oh. Ich bin auf der Brücke. Balix? Bist du hier? Wohl nicht. Kammerjäger. Ich bin fast da. Nur noch ein letztes Problem. Du bist nicht zum Problemlösen gemacht, Balix. Das ist mein Job. Du bist nur mein Chauffeur. Tja. Ich löse gerade den Anti-Kollisionsschutz. Genauer gesagt, ich löse ihn auf. Navigiert, Baby. Ah Mist. Ja. Gehen wir es an. Soll ich die beiden in Ruhe lassen? Soll ich die beiden in Ruhe lassen? Oh Mann! Mein Meck! Mach sie Platz, Kammerjäger! Ja. Ach, ich grüß die beiden in Ruhe. Wohin complexity ist in Ruhe. Das ist mein armband aus. Oh Mann! Aber ich bin ein, das ist mein Ergeltag. also die macht ja die kleine mini dinge die macht ja so viel damage oi 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 ja Bääääh. Da kommt der Bär, da kommt der Bär wieder und dann bist du tot. So, goodbye. So, uiuiui, gut, ja nee, die waren nicht ganz so unleicht. Oh, süß. Was sind das in vier Zahlen? Ich nehme die trotzdem mal. Ah, der macht so ein Tier, ist ja lustig. So. Achso. Jetzt dreht mich hoch. So. Du hast das erste Fragment des Kammerschlüssels von Eden 6 erlangt. Bring es an Bord, der Sanctuary. Jawohl. Dann fliegen wir mal wieder nach Hause. Waren wir ja lange nicht mehr. So. Ich bin mit Lilith in meinem Labor. Wir bereitschlagen, wie wir gegen die Kalypsus kämpfen. So. So. Ich bin nicht so gut bewaffnet wie das Familienjuwel, aber ich passe gut rein. Fehlen nur noch ein paar kleine Modifikationen. Oh, Service-Bots an Bord? Bitte die Kuh zerlegen. Was in aller Kammerjäger? Wir sitzen hier fest. Geh zur Brücke und beheb das. Was ist hier los? Werden wir angegriffen? Runter vom Schiff! Mammon, Kinder zuerst! Wie ist die an Bord gekommen, bitte? Äh, schon bekannt. Wie haben die das verstärkt? Mal schauen, was wir... Oh, das parado, komm. Nice. So. Paketen-Mörfern, ne? Guuuut. Hey. Wer auf der falschen Seite steht, stirbt. Achso, ja, ja. Ja, ich schätze da. Alter, okay. Die ist richtig geil. Ich bin eine B4N1VA-Telekommunikationsroboterin, aber du kannst mich Veronica nennen. Moment, dein Klan stammt von einem Telekommunikationsbund der V-Klasse? Ich dachte, dein Modell wurde nach dem überragenden Erfolg von Echo 1 von Hyperion angestellt. Das heißt, du bist die letzte... Ich... Ich... Sieh, dich kennenzulernen. Hey, Krut, du musst mehr Teile für Veronica finden. Sie ist etwas Besonderes. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie verdient das beste Zeug, das wir den toten, kalten Händen von Klettraff entreißen können. Darauf kannst du witten. Okay, Jennybeef, scher dich da raus. Zwei Meter. Zwei Meter. Nein, he's not. Ha! Ich hab die Bitch in eine Festplatte gestoppt und auswerfen lassen. Hm, häng sie auf, Kamerjäger. Schweine! Ich bringe euch alle ab! Ha, ha! Selber Schuld, Jennybeef! Okay, Leute. Ich schalte die Verriegelung ab und das ist euer Schild wieder in Normalmodus. Kamerjäger, ich glaube, ich hab Verwendung für diese Kampfknei. Bring sie zu mir. Da ist unser Kamerjäger. Ja, da ist euer Kamerjäger. Vielleicht... Äh, macht er eine Waffe aus dir? Hm, das wär geil. Okay, und jetzt schaff sie irgendwo hin, wo sie nichts anrichten kann. In einem Klo oder kaputten Klo oder so. Aha! Ich weiß da was. Jetzt, wo der Spuk vorbei ist, bring mir doch bitte das Schlüsselfragment. Weißt du, was ich am alten Land vermisse? Die Wichser. Die gibt es zwar auch hier, aber... Die Qualität. Die Mixer. Okay. Gut. Waffen für jede Gelegenheit. Hm. Egal was ich einkaufe. Ich finde garantiert Einkäufe. Hm. Hm. Nee. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. So. Ich fähre mal. Viel Spaß! Keine Rückerstattung. So. Du hast zwei Möglichkeiten. Eine SDU kaufen oder nicht. Du ist einfach. Jetzt, wo du mehr tragen kannst, kannst du auch mehr kaufen. Schon witzig irgendwie, oder? Ausrüstung bereit. Äh, witzig. Äh, witzig. Gut. Dann... Weiter geht's. Aber die... Schuldflinte ist echt gut. Du bist jetzt also ein Widerstandskämpfer, wie? Wie fühlt es sich an, einer aus dem Volk zu sein? Abscheulich wahrscheinlich. Danke. Danke. Unsere Einkäckerung hat Früchte getragen. Wir haben vielleicht einen Plan, wie wir die Kammer öffnen können, ohne den Kalypsus wiederzugeben, was sie wollen. Nun, da wir wissen, dass sie auf die Macht des Kammermonsters aus sind, sind sie verwundbar. Tennis sucht nach einem Weg, wie du das Monster zerstören kannst, bevor Tyreen seine Macht an sich nimmt. Du hast das Schiff gerettet. Schon wieder. Danke. Oh, kein Ding. Hey, 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 das war alles ich. Ich meine, kein Grund mir zu danken. Jo, aber, ja, das war alles ich. Ich bleibe hier. Das Schiff ist cool. Dann hat St. Jerry jetzt wohl eine Stimme. Klar, warum nicht? Oh, ich habe was von Claire erfahren. Er hat einen Hinweis auf das nächste Fragment. Geh zu ihm. Oh, klar, doch logisch. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke viel, Schüchern. Das hier ist das an, Leute. Macht nichts Dummes. Äh. Ja. Und? Naja, gut. Äh, danke viel, Schüchern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, bei. Bis dann, bei. Bis dann, bei. Bis zum nächsten Mal.